Unser nächster Beitrag lässt Kinderherzen höher schlagen. Jump and Reach hat zu einer Veranstaltung geladen. Das ist eine Institution, die jungen Talenten in ihrer sportlichen Entwicklung zur Seite steht. Christoph Knapp hat sich dort unter die Kinder gemischt und ihre Ziele und Träume eingefangen. Die Kinder treffen ihre Stars. Unter diesem Motto findet heute eine Veranstaltung hier auf der Toni-Seeloschanze in Seefeld statt. Und die Jungsportler, die bereits jetzt an ihrer Karriere feilen, haben heute die große Gelegenheit, sich den ein oder anderen Trick von ihren Profis abzuschauen. Was hat euch denn der Lukas, der Trainer, bisher alles schon lernen können? Ja, wie man auf einem Ski läuft und halt wie man ein besseres Gleichgewicht hat und ja, dass man nicht so schnell umkippt. Was ist nochmal später dein großer Berufswunsch? Was möchtest du gerne werden? Nordischer Kombinierer. Warum genau nordischer Kombinierer? Was gefällt dir so? Wie viel zu langlaufen und Skispringen einfach. Und wie toll ist es heute, wenn man seine Stars trifft? Da ist ja immerhin ein Bronzemedaillengewinner. Wie toll ist denn sowas? Cool. Möchtest du gerne einmal Spitzensportler werden? Vielleicht. Weißt du noch nicht genau? Nein, noch nicht. Wie viel Spaß macht es dir, mit den Kindern zu arbeiten? Ja, schon wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, das sieht man auch, dass uns alle das Anliegen ist, dass wir die Kinder ein bisschen begeistern können für unseren Sport. Und mit den kleinen Übungen da jetzt auf der Schanzen und auf der Läupen können wir halt ein bisschen was beitragen. Was ist denn der Grund, warum du gerne Spitzensportler werden möchtest? Das heißt, das musst du ja mal schaffen, dass du dabei bist. Und wenn du dabei bist, kannst du sagen, du bist an der Besten der Welt. 70 Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren sind mit großer Begeisterung mit dabei und es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch bei Christoph Bieler hat es etwas länger gedauert. Du machst euch nichts draus, weil ich war am Anfang der ersten Jahre richtig schlecht. Also, ich habe einmal zwei Jahre gehabt, weil ich glaube, ich war im Skispringen dort immer letzter. Also, heutzutage bin ich jetzt doch einer der Beste im Skispringen. Das heißt, es ist nicht zu spät. Lukas, hast du Angst um deine Medaille? Ja, ich glaube, sie passen ganz gut auf, die Kinder. Aber es ist natürlich klar, jetzt reißen sie sich alle drum. Und ja, ich glaube, in dem Alter ist es mir auch nicht anders. Ich glaube, es ist mir auch nicht anders. Und ich glaube, es wird auch nicht anders. Ich glaube, es ist mir auch nicht anders. Dass du Angst hat. Untertitelung des ZDF, 2020